hallo ihr ich wusste dass ihr hier war herzlich willkommen zu bl.h. wir nennen es einfach so wenn ihr das seht heute werden wir behalten den hilfen das ausblenden zu denken wir machen viele männer abenteuer viele video game spiele und das ist das beste von allen wir machen hilfen an die hilfen des abenteuers von unseren freunden feinde was es immer ist auf jeden fall ist es nicht so wenn ihr selbst dachte ihr seht eindeutig sehr unser behemter gastin sie heißt neoni uber und sie kann man sie nicht sehen weil sie nicht hier ist aber ich weiß wo sie ist sie ist hier da nicht wahr neoni ganz hell peace und hallo obseher ich weiß ihr könnt mich nicht sehen aber meine stimme könnt ihr hören ja wir hören deine stimme sehr gut wir machen wir halt für viele spieler wie wie u wie switch tendo und auch mehr video game spiele und die abenteuer von jeder von unseren freunden ganz hell und sobald wir meine freunde ich habe eine freundin die daisia ist und rosalina die werden auch gleich kommen aber wie wäre es erst dass wir den ersten video game spielen sein find das auch gute idee also wir treffen uns in das tendo spiel von mario party also sehen wir uns gleich da werden unsere freunde aufwarten und herzlich willkommen dafür immer die party als tendo hallo der da bin ich wieder das ist mal die party als tendo spiel und ihre hand ist ob wir unser charakter sind da kommen sie die sie komm mal wir haben besuch besuch ich komme piz ja ich komme das sind unsere besucher oder ganz hält hallo ich bin die freundin die freundin und ich bin damit im mario party als die es ihr wollen aber wir spielen ja nicht so sagt dass wir mir dazu seid nein mario später mit mein mann ja die abbestimmt ganz hört und hier komme ich bin in der skade hergekommen und das ist mario party als tendo wir kriegen wir machen jetzt die tolle minigames video da da kämpfen wir alle zusammen und wie wir guter gut spielen und der erste karakter dahin piz ich sie essen auch danke mario gut danach nehmen wir jetzt so wie wärst du das die erste zu sein oder da da sie war du was du willst nein wir wissen die freundin die freundin die freundin die sie findet sie da oder nehmen ist dazu wir wollen wir noch nehmen wie wärst mit jossi mario gute idee wo ist der jossi ja da ja jetzt geht es los mit den hüssen des spielers findet er das aufmeldet das oh mario du machst mir immer bist gut aber nicht so denken piz dieses kursi ist nie vergessen oder ja ab ist sowieso aber egal dass wir den ersten spiel beginnt was war mir als erstes bieren ich habe keine ahnung anna das muss ihr selbst wissen wie wir sind etwa das bier karten wissen es ist bestimmt nicht das kommt so dass sie das weg gehen und wer gewinnt der gewinnt okay erstes spiel karte kommt gut ich habe eins genau ist auf ja sie aber nicht sowieso und ah ja ich habe hier sieht aber flex ich habe auf die daisies kleid genommen hey was ist hier wo ein aber jossi geht besser okay ich bin mal da ist er oh ha ich habe hier sieht aber flex er fehlt nur das weiße teil von jossi oder genau ich habe dasselbe piz ah jetzt kommt es hm ok ich nehme ähm die karte habe ich hm ja ehEN ha daisy warum hast du jossi seder ha ich weiss nicht ha jörg ist wissen wir nein natürlich nicht mario so ok ich hoffe mal bei mir gehts oder hm ha ha ich habe ha ich habe gewonnen Siehst du schon aus, Mario? Und wir haben alle eine Sterne, oder? Ja, du hast das hört sehr. Also, aber was für Mario? Jawohl, danke, danke. Danke sehr für die Bitte. Und bitte macht keine Fotos, ja. Ha, wieso Fotos? Na, weil sie sehen, das ist der super Mario. Jubel, oder? Ja. Aber jetzt kommt das nächste Spiel. Und da wäre der nächste, aus dem wir als nächstes kommt, oder Mädels? Ja, mhm. Okay, geht's weiter. Wollen wir mal sehen. Wir haben das sehen. Mhm. 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 Wie wär's mit? Tatsern, ja. Nehm. Das wir? Okay. Wie du meinst. Gut. Hier muss einen, ja, nehm. Okay, ähm. Nein, geht tief. Okay. Okay. Vergiss nicht, um wir auch klicken. Okay. Ich werde bestimmt gewinnen. Bestimmt. Ha. Oh. Ich hab's wieder gewonnen. Aber mit Yoshi. Das war mir ganz knapp gewesen. Kopf hoch. Peace. Das hat es uns ja. Okay. Nächstes. Das hab's bien. Was wollen wir als nächstes bien? Guck da weiter runter. Okay, okay. Ah, das will ich gerne spielen. Was? Füßangen? Äh, warte, 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 warte. Wie spielen das bien? Wieso? Das, Piz. Wieso magst du das bien nicht? Ähm. Nein, 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 das geht. Egal, lass mir das bien jetzt beginnen. Ah, ich wusste, dass du es. Das ist unbedingt der Satz. Und? Ich hab eins gefangen. Da unten, wenn ihr seht, da unten sind die Fütze. Und ich muss rausfinden. Mal sehen. Ich bin jetzt immer da, weil ein zu sehen. Ja! Ich hab eins. So, ich bin dann. Ich hab, du kriegst ein Fist, Daisy. Wann soll ich? Ich krieg eins. Oh. Ah! Ah, du hast keins. Okay, jetzt vermiss. Oh, du auch nicht, Mario. Und jetzt, Jossi. Lass mir, was dir eins kiegt. Oh, au. Hast du wohl es an, Jossi haben gewonnen? Oh, sieht schon aus. Diese Punkte sind egal, wenn ihr seht. Also, auf was für Piez. Ja, das bin ja es. Ich bin wirklich Piez. Die wunderschöne Dame, die es gibt. Ja. Ja. Und so war. Ich bin mir sehr. Hm. Ich werde so nicht in. Sief sein. Oh, kann ich jetzt mal auch mal gewinnen. Beste mal, Daisy. Jetzt kommt das nächste Spiel. Nächste Spiel. Wie wäre es mit... Hm. Ah, das Spiel. Bonbon zusammen. So ist ein herriger Weg. Was er zeigt. Wer will, was er will. Okay, so ein. Oh, jetzt geht los. So ein. So ein. Oh. Oh, diese Bombers haben wir nicht. So ein. Hey, das war mein Bomber gewesen. Das muss aber nicht schnell sein. Okay. Das sehen. Ah. Oh. Aber ich habe gewonnen. Was? Ja, nur ich. Ohne Jossi. Ah, so ein Mist. Und ich habe immer nicht gewonnen. Ihr gewinnen und ich nicht. Das finde ich unfair. Komm. Daisy. Du wirst doch so mal gewinnen. Okay. Wir machen es so. Das Kampf. Was ist eigentlich ein Kampf? Pete, kannst du lieber sagen? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Also, ist es überkommen? Ja, du kannst es überkommen. Ich gehe kurz weg. Okay. Also, der Kampf geht so. Das sind die jeweils bedeutenden, wie die Kämpfe des Hitten. Du warst dort. Wenn wir Minispeer sind, gibt man mehr Münzen. Ach so, das Kampf meinst du? Ich habe hier was anderes. Ha, 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 ha. Hast du welches mal gedacht? Aber egal. Geht los. Und ich weiß, dass wir wie man das alles gut bekommen soll. Was denn? Wie? Damit. Sterne zählen. Genau. Und das fehlen mir. Ich habe eins gefunden. Ich auch. Ja, vergiss nicht. Gut auffassen. Meins der. Meins der. Meins der. Ja, meins der. Meins der. Meins der. Der ist meins. Das ist meins. Meins, meins, meins. Meins, meins. 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 Und so wie er hat die meisten seine zählen, mir mal. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zehn, zehn. Ich habe 40. Was? Du hast ja wieder gewonnen, Pietz. Sag mal, Pietz, bist du eigentlich gut? Noch dafür, ja. Wow, Pietz. Das habe ich nicht geändert, dass du wirklich da bist. Das kann es ja einfach nicht klappen. Oh, das ist mir anstinkt. Ansehen, wer war es nicht sehr zart? Ha. Auf jeden Fall sehr. Das ist so gut. Denn es ist. Ein Anfang hast du mal gewonnen. Ja, sei mal. Ja, sie hat auch sein Weg gewonnen. Und das über dir bestimmt nicht. Hm. Kapuf. Es ist nicht vorbei, unser Video. Tanze, das? Ja, tanze, das. Ja, unser nächstes Bild geht jetzt an. Auf jeden Fall. Hä? Wer ruft denn da an? Was soll es eigentlich da? Ähm, wer ist denn da eigentlich? Wer da ist? Ganz leid. Super. Ich bin's. Sully Hopps. Hey, Sully. Was ist das? Du an hier? Äh, was ist das hier zu tun, Marvel? Ich habe den anderen leider verpasst, oder? Die Hälfte hast du verpasst. Aber noch die Frage. Warum bist du hier? Warum ich es her bin? Sei es, Mario. Es liegt an, ich wollte unbedingt einmal sehen, dass wir den ersten Video gemacht haben. Oh, ich meine das so ansteigt. Und ihr hört, ihr spielt Mario Party als Tendo, oder? Genau so, Sully. Und wir machen jetzt das letzte Spiel. Oh, sehr gut. Das letzte Spiel. Das habe ich doch gesagt. Das hat er, dass sie die anderen Spielern verpasst haben. Was ist das letzte Spiel? Das letzte Spiel musst du wissen. Nicht so mit. Wir spielen jetzt. Okay, ist es. Bist du an. Okay, das letzte Spiel ist das. Eine Galen. Halt mit 17. Genau. Wer die meisten selbst hat, hat gewonnen. Und ich hoffe, ich gewinne. Wieso, Daisy? Hast du nicht mal gewonnen? Nein, habe ich es nicht. Sieh, die Karte müssen missen. Und jetzt finden wir eine. Ich bin die in die Mitte. Ich lasse es weiter. Meine. Oh, eins. Ich habe vier. Aber ich habe gut. Ich habe zwei. Oh, Menno. Was hat auch die Videos? Sieh eine? Fünf. Ich glaube, er will die in vier. Ah, nicht sehr lange. Sieh, da ist eine Zehn. Die Zehn kann, wie das ab. Okay, ich bin die Zehn. Ich bin Nummer eins. Ich bin die da unten. Oh, ich habe Kai. Kai ist auch gut. Eins. Das ist doch ein Witz. Warum habe ich die Karte genommen? Oh, ich habe vier. Was hat Yoshi? Fünf. Aber zehn Zahlen. Heißt, wo keiner hat die Zehn bekommen? Okay, weiter geht's. Weiter müssen. Warte, ich habe ein Bowser-Field gesehen. Wirklich? Ja, meine tiefen Augen. Ah. Und ein Pilz. Du hast nicht aufgepasst. Nicht so schlimm. Ja, ich habe zehn. Haha. Ich habe zehn. Mist. Ja, sie hat Kai. Was, was, was bedeutet? Was denn? Daisy hat jetzt gewonnen. Na, endlich. Ja, ich habe gewonnen. Ja. Ist Daisy. Yeah, yeah, yeah. Ich habe gewonnen, 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 gewonnen. Endlich, ich habe es gewonnen. Oh, denk es mal. Oh, denk es mal. Das ist jetzt so schlimm. Ja, ich habe jetzt gewonnen. Kapiert ihr, Spirkels, jetzt? Ja. Daisy, es kapiert ich sehr. Sehr gut. Oh, soll das etwa jetzt heißen? Ist das etwa das letzte Video? In oder für ja. Wo, 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 was hat das etwa heißen? Das letzte Video? Ich habe doch gar nicht, nicht hätte ich geguckt. Bitte. Können wir nur ein Spirkel machen? Bitte, bitte. Ich will auch mal nochmal sehen. Na gut. Einmal Spirkel, aber dann ist es los. Gute Idee. Okay, das letzte Video ist bei den... ...den Vier. Und wir machen... ...das Bier. Das Nähl der Lieskeit. Wer schnell ist, hat gewonnen. Oh ja, das haben wir. Nähl gespielt. Okay, seid ihr bereit? Aha. Wir sauseln. Ha, ich bin Stella. Jetzt siehst du ein Auspiz. Ha. Oh. Oh. Und Yossi hat gewonnen. So, warst du jetzt zufrieden? Ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt, 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 jetzt. Aber das war sehr gut zufrieden damit. Ich muss so müde machen. Ähm, wieso, bist du an der ja nicht fit? Nein. So ist die App. Ich werde dir Sport leihen. Äh, Sport sein? Wieso? Ich zeige dir, wie es Sport geht. Ewa so. Äh, das tut gut. Das ist Sport, Mario. Komm, ich zeige es dir. Okay, wenn du meinst. Also Mädels, ich gehe mit Yossi Sport machen. Und dann, äh, für den Mitspiel. Und so sehen wir uns im nächsten Video wieder, oder? Genau. Also komm, Mario, komm. Ich komm ja so an, Zudi. Wow. Wenn du dir Mario trainieren, verabschieden wir uns mit unserem Mario-Party als Tento von den Minigamespiele. Ja, das ist sehr gelebt. Und zahle, dass du ihn alle einmal gewonnen hast, Daisy. Das finde ich zu sehr toll. Das ist Komsai, oder? Ah, ist nicht zu schlimm. Ähm, ich hoffe, wir haben noch mehr Spaß gehabt. Aber, haben wir noch mehr Videos vor uns? Genau. Mit du, Mario, mit unseren Freunden und Zudi, die da, die noch kurz da war. Hm, ja, du hast halt. Aber Kopfhauf, wir werden uns in nächster Woche wiedersehen. Dann machen wir die beste Abenteuer mit mehr Videogames und neuen Besuchern. Ja, wo besser dahin ist, ich will noch was sagen. Wir haben auch sogar auch Kinder bekommen. Die heißen Baby Mario, Baby Louinsie, Baby Pete. Baby Louinsie ist doch dein Sohn, oder? Ähm, ja. Ja, äh, ja, Baby Louinsie ist mein Sohn. Außer, dass Louinsie nicht hält, sonst hätte er gern mit wie sollen. Äh, du hast, äh, Menno. Hä, Kopfhauf. Du hast doch noch dein Opa-Saf. Ja, aber der war auch nicht hier gewesen, wo war er. Äh, spielt keine Heule. Okay. Wenn unsere Heule spielen, dann verabschieden wir uns. Neoni? Ja, Piet, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, nächstes Mal mit unserem von Mario und die anderen. Genau. Also, tschüss. Und hab einen guten Tag im Jahr 2000 Sunset. Warte mal. Es soll zurückgehen, oder? Ja, so, so, gut. Nein.